Hier sind wieder Joe und Andi von Endermagic. Willkommen zur Weihnachtsfolge. Yeah, Tonnenbaum und sowas müsst ihr euch vorstellen. Ich habe meinen ugly sweater vergessen. So eine Scheiße. Wir drehen leider nur so lange im Voraus. Habe ich echt nicht mitgedacht. Wir sind dieses Jahr voll unvorbereitet. Keine Weihnachts-Special, kein nichts. Aber Joe, zu Weihnachten, oder zu vor Weihnachten, ist erst in zwei Tagen, willst du einen Kartentrick sehen? Yeah, Kartentrick. Ein Kartentrick passend zu Weihnachten für dich. Oh, jetzt kommst du mit Weihnachtsmännern. Nein, nicht Weihnachten, viel besser. Was verbindest du noch mal am meisten mit Weihnachten? Socken. Ja! Und ich habe hier lauter Karten mit unterschiedlichen Socken. Ja, you get it. Weißt du, was ein Riesenproblem ist bei Socken? Sie verschwinden in der Waschmaschine. Sie verschwinden in der Waschmaschine, richtig. Und wir brauchen mal zwei verschwundene Socken. Hebe mal ungefähr ab und dann ungefähr die Hälfte. So, wir nehmen jetzt einfach mal hier zwei Socken raus. So, und du darfst sogar noch einen Socken auswählen. Geben wir nochmal Stopp. Stopp. So, und dann hast du hier einmal den Socken noch. So, zwei Socken extra. Und diese zwei Socken sind in der Waschmaschine verschwunden. Okay. Okay. Und wenn wir jetzt schauen, die Socken waren ja alle irgendwie durcheinander. Ja. Beziehungsweise ich habe die Story verkackt. Es war nämlich so richtig rum. Es ist diese zwei Socken haben wir aussortiert. Das sind die einzelnen. Wenn du die zwei richtigen Socken raussuchst. Sowas. Ist schon ähnlich fair. Wenn du die richtigen Socken aussortierst. Dann sind alle anderen Socken wieder als perfekte Pärchen. Kann man das sehen? Ja. Ich denke, ihr kriegt die Idee, alle Socken sind hier wieder perfekt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum sind ausgerechnet diese beiden, die zwei Socken, die gefehlt haben. Weil, jetzt kommt das. Dass die Socken sind, die ich, oh Gott, das wird schwierig, anhab. Yay. Und jetzt noch den Force von der Herz 8. Herz 8? Ja, unten ist der Herz 8 drauf. Ach, Quatsch. Das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Nein, wirklich. Tatsächlich. Kein Scheiß. Also ich habe den Trick nur beim Stand bei Magic Shop performt. Und jetzt mal wieder schnell hier für die Review. Oha. Und ja, das ist Socks. Ich weiß, viele Zauberer werden jetzt sagen, boah, ist ja voll simpel. Ist auch total simpel. Kommt aber beim Publikum mega gut an. Ich habe das ein paar Leuten gezeigt, die bei mir zu Hause zu Besuch waren, weil ich mit den Socken jetzt nicht rumlaufe. Und auch auf der Messe, weil einfach dieser Überraschungseffekt so geil ist. Genau. Was ich sagen muss, ich würde auch nicht die Routine machen, die da dabei ist. Ich finde auch den Force oder den Reveal von der Herz 8 tatsächlich ein bisschen zu übertrieben. Aber ich hoffe, ich finde es irgendwo. Oder vielleicht kann es einer von euch sagen. Es gibt ein Video von ewig alt her. Wir haben es auch bei der Session gesehen. Es ist ein altes Video. Es tut als Zauberer Blut an das Herz. Der Zauberer möchte etwas machen und hat so verschiedene Socken halt einfach. Und der Moderator und noch ein anderer sind voll die Arschlöcher und schmeißen alles durcheinander. Und irgendwie am Ende kriegt er es trotzdem hin, dass es passt. Aber am Ende quasi macht er die beiden auf und die sind unterschiedlich. Und man denkt, okay, die haben zu viel Scheiße gebaut, die haben es ihm versaut. Aber dann zeigt er seine Sotten und die passen. Und das fand ich so mega, weil die Leute echt gedacht haben, okay, das kann nicht einfach nicht richtig sein. Und er war wirklich gechillter und Gott. Das hat Joshua Jay auf der Session gezeigt. Ja, genau, genau. Deswegen sage ich es auf der Session. Und genauso würde ich es auch performen. Dass ihr halt eben Sachen durcheinander mischt und ihr sucht was aus, ihr sucht was aus. Und am Ende soll es passen. Und oh, es passt nicht. Oh doch, es passt. Wegen denen. Macht nicht meine Performance. Die war kacke. Aber die war auch nur... Genau. Aber wenn ihr das Video... Keine Ahnung, vielleicht weiß das irgendjemand auswendig. Auf jeden ewig alt... Schreibt es doch in den Blogartikel. Genau. Weil das ist ja auch was, wo ich sagen muss, wenn ihr irgendwie mal lernen wollt, wie ein Zauberer Stahl... Nerven aus Stahl haben kann, so schaut es aus. Das war echt so, wo ich mir gedacht habe, jetzt hört halt auf. Das kann ja nicht sein. Ein 6-jähriges Kind ist nicht so ein Arschloch wie die. Aber am Ende hat es halt gepasst, weil er einfach so ruhig geblieben ist und halt einfach so... Die haben teilweise die Sachen über ihn drüber geworfen und er versucht es... Es war mega, dass es am Ende noch gepasst hat. Er hat echt Glück gehabt, aber das ist super Performance. Und so ähnlich würde ich es damit machen. Ähm... Wir haben ein paar Berichte dazu. Einmal vom Leslie. Ähm... Dass... Er sagt auch, dass die mitgelieferte Routine für ihn persönlich zu riskant ist und er würde da auch eine andere machen. Ähm... Und er macht den Effekt auch nur wegen den Socken. Ähm... Leslie auch Tromagie genannt. Kann man schauen aus hier. Ähm... Wo ich den Trick gesehen habe, wusste ich, okay, das ist was für ihn. Ähm... Das soll jetzt auch nicht irgendwie beleidigend sein, aber ich wusste, dass mit Socken und sowas, das passt zu ihm auch. Ähm... Von Michael Kegel haben wir auch ein paar Fragen. Ähm... Die Forciermethoden. Sind eine oder mehrere? Ähm... Ich weiß gar nicht. Es ist eine dabei. Entsprechend mit der Routine, dass am Ende dann alles passt. Ja. Ich hab... Ich hab's jetzt mit dem Miner-Perform mit dem Breezer-Crimps gemacht. So kann man auch gut machen. Ansonsten könnt ihr aber auch... Es ist völlig egal. Wir können auch den Criss-Cross-Force machen. Weil... Aber gut, es ist halt nicht so viel dabei. Es ist viel dabei. Ähm... Die Fossil-Methode, die dabei ist, ist einfach umzusetzen. Ähm... Es wird einer erläutert. Ähm... Ja, also wie gesagt, man kann auf Karten-Magie zurückgehen. Also es sind mit Karten halt eben da. Deswegen ist der Force entsprechend da. Von der Größe her, Andi. Das ist jetzt so... Ja, das ist die Größe der Socken. Es gibt den Trick nur in einer Version. Also nicht in verschiedenen Schuhgrößen. Und ich hab jetzt Schuhgröße 34 und ich finde die Socken brutal eng. Also ihr habt gesehen, ich kann sie anziehen. Aber es war sehr schmerzhaft hier vor dem Dreh, wie du so bezeugen konntest, Joe. Und deswegen, das ist ein bisschen schade. Also wenn ihr jetzt Schuhgröße 48 habt, vergesst es. Ähm... 43 geht gerade so. 44 kann ich mir auch noch vorstellen. Und ansonsten müsst ihr schon überlegen, wie... Wie muss man Sachen waschen, damit sie ausleiern? Nichts zu heiß, zu kalt? Keine Ahnung. Wenn du sie heiß wischst, laufen sie ein. Aber wenn du kalt wischst, werden sie nicht unbedingt größer. Also könnt ihr auch vergessen. Der Hausmann, ja. Der Hausmann, keine Ahnung. Aber... Ja, das ist also keine Chance, die Socken irgendwie dann passend zu kriegen. Das ist ein großes Manko von dem Produkt. Aber ansonsten ist es einfach, es lebt von diesem Überraschungsmoment. Und auch wenn Zauberer sagen, boah, simple Methode, Force und so. Ja, aber für Zuschauer... Für Zauberer... Für Zuschauer und auch... Es ist kein Reveal, aber es ist ein guter Reveal. Ja, genau. Es ist bloß ein Reveal und es ist kein Kartentrick. Das ist auch so ein Bonuspunkt, den ich dafür geben möchte. Oder wie viel... Es hat auch schon ein großer Zauberer mal gesagt, wenn ihr 20 oder wenn ihr 100 Forciermethoden könnt und ein Reveal habt, ihr einen Trick. Könnt ihr einen Force, aber 100 Reveals habt ihr 100 Tricks. Das ist faktisch so. Das stimmt. Das ist ein schöner Gedanke, ja. Ja, genau. Ja, genau. Noch mal eine andere, noch ganz kurz vor dem Ende. Ja. Wie viele Karten sind es? Ich habe jetzt mal gezählt, das sind 20 und 28 Karten sind es. Also es sind auf jeden Fall weniger. Hast du noch welche dabei? Ja, ihr bekommt auch nochmal, hier bekommt, kann man zeigen, noch Duplikate auch von denen dazu, falls es für euch relevant sein sollte. Und ein schönes Etui von Vanishing Ink. Ja. Und gut produziert, die Socken sind hochwertig. Genau. Wie gesagt, waschen müsst ihr halt aufpassen, nicht zu heiß. Genau. Nicht zu kalt. Aber ansonsten, cooler Trick. Ich glaube, man kann Sachen nicht zu kalt waschen. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ich glaube nicht, aber egal. Es ist egal. Von der Bewertung her, Andi. Von der Bewertung her, boah. Ich bin jetzt echt... Mach du mal zuerst. Ich gebe sieben Punkte. Ich finde die Idee gut. Für mich nicht machbar, wegen der Größe. Ich habe große Füße. Ich kann es nicht anziehen. Und ich finde ganz ehrlich, der Gag muss einfach an den Füßen sein. In dem Moment, wo ihr das hochzieht, es wirkt halt einfach so völlig übertrieben. Also besonders, ich glaube bei uns, wenn man so mit Anzug und sowas an hat. Und dann auf einmal zeigt man diese hässlichen Socken, die so gar nicht passen. Finde ich es echt witzig. Das stimmt. 7,5 Punkte. Ähnliche Punkte. Außer mir passen die Socken. Und ich werde es nicht verwenden, weil mir jedes Mal Auftrittssocken anzuziehen. Nee, fantastisch. Da sind sie mir nicht bequem genug. Und ich weiß nicht, das wäre mir zu unpraktikabel. Aber ansonsten, geiler Trick, geiler Kicker. Macht Spaß zu performen. Und das war es mit... Für wen ist es geeignet? Anfänger? Anfänger? Amateur? Alle, die Bock auf Socken haben. Genau. Und das war es mit Socks. Und zur Mitte der Review, wir haben... Oh, wollen wir das zweite dann auch gleich nicht verlosen? Also wollen wir es jetzt machen oder nicht? Mir ist egal. Wenn du es nicht performen willst, dann von mir jetzt haben wir es raus. Weihnachts. Ja, Weihnachtsverlosen. Dann machen wir es so special. Okay. Zur Mitte der Review. Es ist Weihnachten. Wir verschenken Socken, denn was? Und ganz ehrlich, das ist für alle, die jetzt sagen, oh mein Gott, Socken verschenken. Wenn ihr 25 seid, für alle, die jünger sind. Socken ist das geilste, was ihr zu Weihnachten bekommen könnt, ja? Ohne Scheiß. Genau, deswegen geht es um uns Socken zu Weihnachten. Als Magic-Member-Verlosung. Natürlich von mir persönlich frisch gewaschen. Mit Karol. Ähm, genau. Nur für die Review getragen. Genau. Wir haben den... Ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass... Wir haben den Los-Topf am Lieber wieder... Wir haben den Los-Topf. Er hat mir vorhin gesagt, dass sie meine Witze nicht von den Socken hauen. Wir machen jetzt Lappen schlagen. Lappen... Ah! Okay. Nee. Der Los-Topf, die Magic-Member. Kennen die ja alle Prozedere. Info-Video. Kriegen jetzt was. Ich mach einmal so. Soll ich dir ausziehen? Stefan9090. Genau. Das ist der Username. Stefan9090. Du kriegst von uns Socken. Schreib uns per WhatsApp, sonst schreiben wir dir per WhatsApp. Und du kriegst einmal Socken. Genau. Weitere. Denn hey, es ist Weihnachten. Und das nächste Produkt ist... Choice. Wie gesagt, gleich danach erfahrt ihr mehr darüber. Und wir machen einmal durcheinander. Und Andi darf nochmal ziehen unsere Glücks-Tee heute. Michael K. Ich glaub, das ist der, der in den Kommentar geschrieben hat. Das wär lustig. Das wär jetzt echt lustig. Ja. Ja. Michael K. Michael Kegel, für dein... Du bekommst Choice. Also wahrscheinlich... Ich hoffe, dass das... Aber ich glaub, wir haben keine zwei Michael K. Sonst tut's uns leid. Du bekommst Choice zu Weihnachten. Schreib uns. Sonst schreiben wir dir. Und... Leider nicht Socks. Aber... Leider nicht Socks. Ich hab übrigens nochmal Ding rausgesucht. Den Stefan9090. Ja, genau. Okay. Super, super, super. Das war's nochmal mit. Solltet ihr euch interessieren, wie ihr in den Los drauf kommt, einfach mal drunten in die Kommentare schreiben. Genau. Und wir machen weiter mit. Choice. So. Wir haben's grad verlost. Jetzt präsentieren wir's. Wir haben auch viele Fragen dazu tatsächlich. Ähm. Andi, erzähl doch mal ganz kurz was dazu. Was ist das? Joe, was ist besser als ein Kartentrick mit einem Kartenspiel? Äh... Ein Kartenspiel mit... Ein Kartentrick mit zwei Kartenspielen. Ganz genau. Ein Kartentrick mit zwei Kartenspielen. Und was ist besser als ich, wenn ich dir eins geb? Du suchst einen selber aus. Äh... Dann nehm ich blau. Blau. Was ist besser als ne gezogene Karte? Du kannst irgendeine Karte nehmen. Du kannst auf den Tisch zählen, soweit du willst. Und irgendwann denkst du dir so... Joe, das ist ähm... Meine Karte. Ich hoffe, ich hab's keinen Scheiß gedacht. Joe. Joe. Okay. Das ist meine Karte. Das ist deine Karte. Dann kriegst du... Das ist auch meine Karte. Kriegst du die. Und ich die. Okay. So. Dann packen wir das Ganze zusammen. Und wir haben jetzt hier jeweils eine Karte in das Spiel des anderen gepackt. Wichtig noch zu sagen, wir sind beides Zuschauer. Keiner zaubert hier. So. Fächer doch mal das ganze Spiel einmal auf. Meine blaue Karte... Meine rot. Meine blaue. Deine blaue Karte ist die 3. Und auch deine ist die... Pik 3. Pik 3. Genau. Ja. Und das Kartenspiel könnte man jetzt... Ähm... Wäre natürlich noch nichts geiles zu zeigen, dass alle Karten blanko sind. Ach du Scheiße! Das... Was ist denn das, ey? Okay. Ihr könnt zeigen, dass alle Karten blanko sind. Das ist dicker geil. Ich wollte den Überraschungsmoment besser aufbauen. Ja, bestimmt. Du hättest es vergessen. Ich hättest echt vergessen. Ich hättest echt vergessen, dass die Karten blanko sind. Der ist so konzentriert, dass es funktioniert, dass er das vergessen hat. Ja. Genau. Ähm... Das ist Choice. Ihr habt die Möglichkeit, Zuschauer... Ihr legt ein blaues, ein rotes Karten in der Kinn. Ihr sagt zu ihnen, nehmt die Karten. Sie sollen auf den Tisch ziehen, wann sie zufrieden sind. Sie können dann immer möchten aufhören. Sie tauschen die Karten aus, legen den Rest drauf. Die Zuschauer können aufwächern. Ihr... Es kann komplett hands-off sein vom Zauberer. Ähm... Die Karten werden umgedreht. Es sind dieselben. Und danach können sie nochmal umgedreht sein. Und die Karten hier... Entsprechend sind auch alle blanko. Genau. Ähm... Ja, wir haben hier die Kommentare, zum Beispiel von Stefan Schürde. Ähm... Wenn der Trailer nicht an bestimmten Stellen geschnitten ist, muss er sich das wohl kaufen. Das ist ein Hammer-Effekt. Es sieht genauso aus wie im Trailer. Der Trailer ist tatsächlich... Tatsächlich so... Hat's blöderweise, dass man wegzoomt auf einmal. Hätte man das in einem One-Taker gemacht, wäre das viel besser gewesen. Ja. Also leider mal... Also das ist jetzt... Kritik natürlich auf höchstem Niveau. Naja, hey Leute. Ihr habt den geilen Effekt. Ne... Und wir leben halt in einer Welt, wo man viel schneiden kann oder wegenden kann. Ja. Macht's doch. Zeigt's einfach so, wie's ist. Ne, also es ist 100% clean. Ich muss nur... Ich glaub, ich hab beim Austeilen... Ich hab einen kleinen Fehler im Setup gemacht, bei der Performance, die ich vorhin gemacht hab. Ich hab da was... Ich hoffe man sieht's nicht und wenn... Sorry. Ich hab was geheidet, was man eigentlich nicht heiden müsste. Sag ich mal. Gut. Ähm, aber ansonsten ist es genauso clean. Zwei Zuschauer und die können das machen und das kommt bei raus. Das ist genau das, was ihr bekommt. Mhm. Ähm, wir haben noch eine Frage von Knight, ob's immer dieselben Karten sind oder ob das auch unterschiedliche, ähm, für Wiederholungen im Park oder so ähnlich. Ja, man kann diese Karten austauschen. Ja. Ihr müsstet halt andere... Also es ist wie gesagt, dadurch, dass es ein Blankodeck ist, alles was ihr machen müsst... Die Blankungen sind immer dieselben. Ja. Witzigerweise. Aber das kann immer andere sein, natürlich. Genau. Ähm... Die Karten sind perfekt versteckt hier drin. Also das... Ja, was... Ohne zu viel zu verraten. Ohne zu viel zu verraten. Ich glaub, ich hab schon zu viel verraten. Egal. Also es ist so, das Spiel kann... Der Zuschauer kann hier so durchgucken und wird nichts finden. Wenn er natürlich jetzt hier eine Doktorarbeit draus macht, dann könnte er was finden, aber der normale... Aber in dem Fall, wenn der Zuschauer so macht, das ist null Problem. Ja. Weil ich denke, man kann sich... Ja, Rektor... Mein erster Gedanke, das kann ich noch dazu sagen, war so, ey, das ist ja wie Alphadeck. Mein zweiter Gedanke war, das ist überhaupt nicht wie Alphadeck, weil es sind zwei Zuschauer und nicht ein Zauberer. Der Zauberer macht da nichts. Man kann sich zwei Leute wie in ihrem Trailer an den Tisch setzen lassen und das machen lassen. Finde ich total geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vom Trailer nicht begeistert. Wahrscheinlich, weil wir auch einfach zu viele Produkte sehen. Ja. Und ich dachte mir, ja gut, das ist halt wieder so ein Dual-I-Duo-Effekt und sowas. Ja. Ja. So wenn ich jetzt... Dadurch, dass ich jetzt dann die Fragen dazu gelesen habe, weil ich kann ja den Trick ja auch... Weil viele, wo jetzt das auch gelesen haben, ich lese jetzt hier zum Beispiel nochmal von Michael E. Kegel, kann das tatsächlich so wie im dazugehörigen Trailer funktionieren? Jedes Mal? Ja. 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 Es ist anscheinend... Also das soll jetzt keine Kritik an andere sein oder sonst irgendwas. Aber der Trailer ist so fair wie es ist. Ja. Also für alle, die sagen, okay, ich habe null Plan, wie das jetzt gerade eben funktioniert. Es funktioniert so, es funktioniert tadellos. Die Technik, die verwendet wird, um das zu präparieren, so kann man nicht sagen, ist auch verdammt gut. Das möchte man von dieser Technik gar nicht glauben, dass das so gut ist. Es funktioniert wirklich verdammt gut. Man muss vor jeder Performance im besten Fall, damit es risikosicher ist, was vorbereiten. Wirklich vor jeder Performance das vorbereiten, aber das geht ganz schnell. Aber man kann es nicht vor dem Zuschauer vorbereiten. Ich gucke jetzt gerade mal, auch von Michael E. Kegel war die Frage, im Verkaufstext heißt es zwei Kartenspiele und ein Gimmick. Es sind beide Spiele präpariert. Ja, mit dem Gimmick präpariert man die Spiele. Ja. So ist es wahrscheinlich. Aber das Gimmick reicht ewig, würde ich mal so behaupten, oder was meinst du? Ja, doch. Das Gimmick reicht ewig und die Spiele sind austauschbar. Man könnte sich auch einfach neue zwei Blanko-Decks kaufen, wenn die mal nicht mehr gut laufen. Und alles, was wir machen, ist ein Setup von einer Minute, nicht mal. Ja. Genau. Braucht ihr dazu ein weiteres Gimmick? Nee. Ihr habt alles, so wie ihr es machen könnt. Einen Zuschauer, der es zwei Zauberer gibt. Und so würde das funktionieren. Ich finde es auch relativ praktikabel, weil ich das gerade lese. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es ist völlig irre praktikal. Ihr braucht die zwei Kartenspiele mehr nicht. Ich würde jetzt nicht für... Ja, eine Matte. Auf jeden Fall eine Matte empfehlen. Zum Aufspreaden dann halt. Ja, zum Aufspreaden oder dass die Zuschauer auch sitzen. Also, es ist definitiv so ein Close-Up. Ein Close-Up-Show oder auch... Ja, Tablehopping ist schon schwierig. Also, wer aussieht, macht Tablehopping mit Matte. Genau. Wir haben noch eine Frage, wie untersuchbar ist es am Schluss? Also, es ist... Es kann untersucht werden. Es kann aber halt eben nicht explizit inspiziert werden. Also, jede einzelne Karte könnte das... Das macht aber auch keines gut. Das macht einen Zauberer. Ja. Aber keinen Sinn. Genau. Und da müsst ihr halt dann einfach was überlegen. Aber der Zuschauer kann da so ein bisschen durchschauen. Genau. Wenn ihr selbst sagt, hier guck, 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 guck. Glaub ich, das würde schon reichen, dass ein Zauberer, ein Zuschauer sagt... Okay, nee, das ist... Wie Joshua Jane seiner Out-of-Side. So, hier, guck es dir an und dann wollen sie es gar nicht mehr an. Funktioniert es auch, falls ein Zuschauer zum Beispiel aus Gewohnheit die Karten mischt? Nein? Oder wenn er vorher drunter guckt? Wenn er vorher drunter guckt, ist halt eben das Reveal am Ende halt eben weg. Du meinst, wenn er mischt... Also, ich meine, er packt die Karten drauf. Und wenn er dann mischt, könnte es sogar gehen, ja? Ach so, ja gut. Das geht, ja. Aber wenn er vorher mischt, dann nicht. Wenn wir den Moment nochmal hier haben... Ja doch, das könnte funktionieren. Die blaue Karte hier und dann kann der Zuschauer theoretisch mischen. Genau, er sieht die blaue Karte, ja. Genau, und... Und dann? Nee, er sieht die blaue Karte dann nicht mehr. Doch, doch, wenn er jetzt gemischt hat, dann halt... Ich habe es ja gerade eben gesehen, aber wenn er dann... Ja, weil ich es nicht... Könnte auch spreaden und ja. Und dann würde nur noch eine... Ja. Ja, genau. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Ähm, gut. Nee, aber geiles Teil, muss man wirklich sagen. Und anscheinend auch bei Zaubern sehr... Also, ganz ehrlich, wir gucken auch ein bisschen anders. Deswegen sind wir auch froh über die Kommentare jetzt beispielsweise in den Blogartikel darunter. Wir hoffen, wir haben sie auch jetzt entsprechend gut beantworten können. Ähm, es waren jetzt tatsächlich zum Glück auch mal schön viele Fragen. Ja, da gehen wir jetzt sehr gerne auf ein, weil das... Dann wird die Review so wie... Mhm. Sie spiegelt sich das wieder, was ihr euch fragt, wenn ihr den Trailer guckt. Genau. Ja, viel Spaß. Wer hat es jetzt gewonnen gerade eben? Äh... Hast du es nicht dazugeheftet? Der Stefan. Michael K. Michael K. war es. Michael K. viel Spaß damit. Vielleicht schreibst du uns noch einen Erfahrungsbericht zu deinen Fragen. Und wenn du den Artikel dann hast, das freut uns ja nicht umso mehr. Ja, cool. Ja, genau. Ich glaube, er hat auch gefragt hier. Michael K. Er ist der mit den meisten Fragen. Hey, du musst sie nicht kaufen. Bitte mach es nicht. Sagen wir dir, glaube ich. Schreib mir auch vor allem. Ähm, genau. Von mir. Ich gebe den ganzen acht Punkte. Ich finde es gut, die Idee ist es auch interessant. Aber für mich nicht machbar, weil ich mag es halt eben nicht offensichtlich zwei Kartenspiele rumzutragen. Ich trage viele Kartendecks mit mir, aber ich tausche die normalerweise aus. Für mich, ich finde es nicht gut, wenn zwei Kartenspiele auf dem Tisch liegen. Das ist aber persönliche Angewohnheit von mir. Ja, auch acht Punkte. Geil. Aber ich würde es auch nicht einsetzen. Mir würde es, wenn dann, eine Close-Up Show gefallen. Da bräuchte ich aber Phönix-Kartenspiele für, weil da ist alles auf Phönix-Basis. Und deswegen geht es raus. Dann soll jemand anders. Der mit Spaß haben. Der mit Spaß haben. Aber acht Punkte. Ich würde es, in eine abgewanderte Form werde ich es vielleicht auch mal einbauen. Für Amateure, Anfänger. Anfänger finde ich es jetzt nicht so gut. Ich finde, da sollte man schon eine gute Routine werden. Aber Amateure, Profis, Fortgeschrittene. Gut. Das war es mit Choice. Und das war es dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Review für diese Woche. Heute mit Choice und mit Socken. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Wenn dir die nächste Review kommt, dann ist ja schon Weihnachten rum. Ich hoffe, ihr habt euch dann schön bescheren lassen. Das frage ich aber mit Sicherheit noch in der nächsten Folge auch. Da fragen wir dann, welche Artikelst du Weihnachten gab. Und in diesem Sinne... Bleib magisch!